Hi. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte noch Hanf anpflanzen. So, zack, 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 zack. Cannabis. So lange. Jetzt noch Karotten, zack. Vielleicht mal rein drücken. So, was haben wir hier? Cactusseeds. Die wachsen nur auf Sand, oder? Wie bekomme ich Sand? Sand, 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 Sand. Wo ist der Sand? Ist das Sand? Nein. So, wer tut das? So, eins brauche ich. Bruchstein. Was ist das? Rezepte. Mana Invusion. Wie bekomme ich Sandstein? Aha. Okay. Was ist das? Compress Gravel. Aha. Schauen wir mal. Das habe ich sogar. Dann hier an. Zack. 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 Ich glaube das geht so. Nein. So. Yes. 4. Was? So. Geht. So. Zack. Ja, das sieht mir selber durch. Wieder schneller. Sollte ich jetzt nicht Sand bekommen? Nee. Nein. Wie bekomme ich Sand? Mit dem Hammer. So. Ehm. Zack. Aha, mit dem Hammer. So, einen habe ich noch hier. Zack. so geht so das da rausnehmen das rein oh mein gott warum geht es nicht da rein so was das wo ist das blöde sieb schon wieder sieb 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 ohne schere brauche ich auch noch die schere 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 nicht seine wo ist denn die blöde schere das ist bei portanya nee das brauche ich nicht nein nein ah fuck ja So, das brauche ich, die Klippe an. Schere, zwei Sticks und Eisenbahn. Das haben wir hier. Eisen ist von hier. Das war so, oder? So, yes. So. Das geht nicht. Wie kann man das klein hauen hier? Das ist das Cannabis. Hanf. Das sind jetzt wieder Samen hier. Das habe ich ja hier noch. Karotten. Machen wir mal hier. Potatoes. Ich mache mal das Eisen zurück. Hier rein. Okay. Kaktussi, da brauchen wir eben das. Ah, da brauche ich jetzt noch Strom. Genau. Bruchstein haben wir genug. Stickies können wir zurück machen. Den habe ich, glaube ich, hier drin. Das ist echt eine coole Mod. Hier mit den Seeds und so. Botanien. Hier ist meine automatische Erdmaschine. Kann auch wieder was drin. Hier oben hat es nicht mehr. Hier auch nicht. Wir müssen wieder ein paar Blätter holen. Das brauchen wir Eisen. Habe ich ja. So. Zack. Zack. Den Hammer mache ich wieder hier rein. Ich frage mich, wie geht es Sand? Jetzt muss ich das. Ihr habt alle gewünscht, dass ich mal ein Sand habe. Live-Kommentar mache. Habe ich gedacht, ja. Mach ich mal. Ist mein erstes Mal. Aber ist ja egal. Das wird schon besser. Zu all dem bin ich noch Schweizer. Ein Interesse Mal. Spaß. So. So, dann können wir hier noch Bäume abpflanzen. Gleich wieder setzen. Die Schäle brauchen wir noch schneller. Gleich wieder setzen. Mit der Schere noch den Rest. Jetzt noch Holz. Ich nehme ein Stack mit. Jetzt haben wir vier Stacks Blätter und ein Stack Bäume noch. Die können wir wieder zur Erde verarbeiten. Zack, 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 zack. Das nimmt mich runter. Wie kann ich Sand machen? Das hier, was ist das hier? Wo gibt es denn das? Das habe ich glaube schon mal angeguckt. Wenn es euch gefällt hier, dann lasst auch ein Abo da. Oder ein Like. Würde mich freuen. Aber irgendwie ... Was ist das hier? Wo findet man das? Was ist das? Oh, hier ist das. Hier ist nicht das, oder? Nö. Das? Nö. Was ist das? Es hat so viele neue Sachen, ey. Da komme ich nicht mit. Wo ist denn die Scheisse, ey? Hä? Ist es hier? Ich weiss nicht mal, wie das Ding heisst. Rezepte steht da nochmal. Nope. Ah, hier. Ah, hier. Brutania. Kreatives ... Mann, aber er hat unendlich Manna eines Egoistenwürden. Nö. So. Was ist das? Weg. Machen wir das hin. Und jetzt misse ich eigentlich das hier durch. Oh. Ah, nee. Bruchstein. Bruchstein. Zack. Hä? Was ist das für ... Hä? Besteht das jemand? Das ist doch geil, ich muss ... Ich sehe das nirgends. Das war das einzige, oder? Hä? Was ist das? Mhm. Nirgends, 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 nirgends. Lalalalalala. Hm. Ich find's nicht. Keine Ahnung. Das sagt ja doch irgendwie ... Was ist das? Compressor Sand. Ja, super. Wie macht man den hier? Den hier? Hammer, 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 hammer. Okay. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert hier. So. Autohämmel. 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 Wie kann ich den hier? So, hinten. Und dann das hier rein. Gar nicht. Hä? Naja. Keine Ahnung. Das hier nehme ich runter. Wie heisst denn das? Kreatives Mano hat unendlich Mana. Eines egoisten Würfiger. Machen wir das da hin. Muss man da irgendwie so verpflanzen, oder? Reinwerben? Pfff. Keine Ahnung. Oder so. Auch nicht. Jetzt habe ich hier gerade was abgewärmt. Emerald Seed. Haben wir noch einen. Oh, da brauche ich wieder die Stickies. Zack. Die wachsen ja nur an Stickies hoch. So. Kaktusseed kann ich noch nicht. Ja, mache ich doch nicht mehr. Scheisse. Ja, wir haben hier das Feld schon mal gemacht. Die Windmühle müssen wir auch noch verbessern. Was ist das? Komposter? Gülle. Oh. Oh. Tauchen und da